Hi Leute und Willkommen zur nächsten Folge und jetzt, welcher Boss kommt jetzt dran? Wie wisst ihr es? Es gibt drei Arten, wie das ist. Natürlich kommt der in drei. Ich hab Full Life, ich hab auch Angst, das ist nämlich der Geflüchteste von mir. Ich find das der Stärkste. Gott, ey, den kann ich mir gar nicht mehr haben. Das ist richtig schlimm. Wow. Oh Gott, der ist ja auch schlimm. Extrem schlimm. Aber ich muss mich erst mit dem Grün, wie mit dem Grün. Den Gifftyp. Vor dem hab ich am meisten Angst. Weil im Hard Mode, da hat er selbst mich früher mit meiner... Oh, hier muss ich mich tragen. Wenn man am besten, am besten kriegen kann, hat er mich selbst damit besiegt. Und das ist mir zu schwer. Ich komm mir irgendwie so vor, wie so bei so einem Spiel. Ich weiche den Feuerwellen aus. Das praktische ist, ich hab diese eine Waffe. Normalerweise nicht. Ich hab die falsche Trinkel. Ich hab die falsche Trinkel. Zack. Um schon so die Wichtigen zu binnen. Die hab ich total vergessen. Fuck, das sieht nicht gut aus für mich. Erstens habe ich mir 200 Leben. Aber schlimm wird es sowieso als im Hard Mode. das ist erst mal du kannst mich jetzt ich hab jetzt gedacht aber ich spüre schon dein Abo jetzt schon bitte verschwinde ich hasse den Atmos von ihm wirklich da ist der eine wo es der gibt ich hab totale Angst vor ihm ich hab totale Angst vor ihm zack da ist er 9 ich will unbedingt meinen Trank entfüsten ich will unbedingt über 100 300 Leben haben wo auch immer der ist ich will es nicht wissen da ist er deswegen sitzt er jetzt wieso ich warte jetzt muss ich einfach nur auf Fernkampf bleiben ich glaub besser kann ich das machen ich muss einfach nur auf Fernkampf bleiben und dem sein Strahlen aus dem Weg gehen ja ich spiel jetzt ich bin genau bei mir das war knapp das war knapp das war sowas von knapp und ich bin nicht mehr es tut mir leid aber ich kann nur so spielen ja ja nee ich hab bald den unteren nicht mehr fuck fuck er wird immer schneller eins fuck ich hab immer noch total Angst vor ihm Ich hab richtig Respekt vor den Twins. Wie viel Leben hat der nur noch? 3000! Oh Gott! Seht ihr? Seht ihr wieso ich Respekt vor dem habe? Fuck! Der wird bis zu Ende. Oh! Oh! Fuck! Oh Gott! Jetzt wisst ihr wieso ich so Respekt vor dem habe? Es ist einfach nur Respekt. Ich hoffe auch gegenseitig. Was ist jetzt? Was ist jetzt mein Rekord? Was ist die Nutz? Ich komm mir nicht zu nahe. Es wird erst einfach wenn ich diesen einen Rekord erledigt habe. Ja. Ist mit uns. Ok. Der Typ. Er nähert sich. Jawoll! Oh Gott! Ich habe nur noch den da. Warte. Und der sich in Atmung verletzt. Das wäre perfekt. Oh! Seht ihr? Wie viel Schaden ich ihm gemacht habe. Geil! Geil! So was habe ich noch nie gehabt. Ist er schon hart? Oh! Jawoll! Die gab es nicht. Donald, Rose, Whistlin. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe die Hardmode-Bosse besiegt. Ohne die Terrorblade. Geil! Und jetzt was ich auf jeden Fall bekomme. Alle drei sehen. Kommt mal her. Ach ne. Auf dich habe ich jetzt keinen Bock. Zack. Hier. Hier. Darauf freue ich mich schon. Da ist sie. Hickex. Hickex-Echse. Oder wie auch immer. Oder wie auch immer. Das spricht. Hab sie. Mit Alarm. Erfahrung. Geil. Ach ne. Ich habe es geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Und ich hatte Respekt vor denen. Dass ich vor denen Respekt... Nein. Ich habe immer noch Respekt vor denen. Ihr habt gesehen, wie viel Schaden die gemacht haben. Ja. Mit den Twins ist nicht zu spaßen. Sag ich jetzt mal. Ey. Was ist da los? Guck mal. Da kommt irgendwie so eine komische Spur. Seht ihr die? Nein. Kein Wissen. Erstmal weg mit den Twins rein. Schiss. Okay. Ich habe es geschafft. Das war es mit den Hardmode-Bossen. Aber. Es ist lange noch nicht zu Ende. Lange an. Und weil die Folge ein bisschen zu kurz war. Ich werde mich mit euch ein bisschen zum. Ähm. Leiser. Ach. Ähm. Zum Dschungel geben. Weil wir müssen noch ein spezielles Erz abbauen. Worauf ich schon die ganze Zeit warte. Dieses Erz wird mir. Und dann kommt als nächstes Planterra 3. Und die. Kann sich meine wünschen. Sie wünscht sich wahrscheinlich schon. Dass ich nie die habe. Also jemals besiegt habe. Weil mit dieser Klaue. Damit sieht man. Diese Klaue. Die ist einfach viel zu okay. Die ist. Ich gebe es selber zu. Die ist viel zu okay. Habt ihr gesehen wie viel. Das muss ich im Video nochmal gucken. Wie. Einfach. Den. Einem Boss. Den hat's komplett zerfetzt. Der kam doch nicht mal so richtig zum Pragmon dran. Deswegen fand ich auch den Läser. Ich hab's nicht so stark. Sagst du. Aber. Das ist einfach. Viel zu okay. Diese Waffe. Die Waffe ist wirklich. Viel zu okay. Okay. Die nächste Rüstung ist dran. Ich liebe es. Juuu. 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 Denn. Diese Seite ist wirklich viel zu okay. Okay. Falls ihr mir nen Tipp geben könnt. Welche. Ähm. orse die Terrabade. Weil ich komm da jetzt noch nicht dran. Ich versuche sie zu, den Welche Waffe eigentlich ganz gut. Die sind nicht. Ich brauch einen Schwer. Also fernkommschwert regelmäßig. komische strahlen ich bin ja jetzt... oh Gott ich bin leider seit ich gewahr rum und da geht ich leider nicht hier ich frage mich, wo seid ihr? wo seid ihr? ich suche mal ich meine hier unten ich bin ja hier zu schnell ok da ist kein... aber ich meine hier warte, ich hab nicht mal versucht ich weiß immer wo wirklich schwierig ist ich erinnere mich, dass ich ziemlich oft die Hand habe, dass ich mich die ganze Zeit umgraben muss ach da, wie seht ihr sie? das ist eine Lebensfrucht seht ihr? live food 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 verbraucht dauerhaft die nächsten Mal sehen wir geht leider nicht mehr ich hab nicht schon vor das dieses 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 clon also grün aufbaut das sind nicht was für und zack das war's alle und das werde ich jetzt eine weile lang fahren weil ich brauche richtig 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 oh Gott falsche Waffe ja wirklich dritte dritte es fehlt mir nur grün vielleicht schaffe ich es noch diese Folge kommt drauf an wie schnell ich jetzt diese grüne Album finde warte ich weiß ich kenne einen Trick überall halt ja es gibt halt solche kleinen Stellen die vielleicht auch sehen überall wo es grün ist sind normalerweise grüne ah seht ihr? so ein bisschen grün aber ich suche welche das gerade so in der Nähe von mir ist das hier ist so ganz nah das ist halt so ein bisschen warte mal chlorophyll ich kann das hier auf der Karte sehen ist ja echt geil ich wusste das gar nicht lol na ups das war ein bisschen fehl zack 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 das für ein Achievement habe ich bekommen das muss ich auch in Ordnung heißen wenn es jetzt sehen diese Achievements weil die gab es bei der Playstation nicht so gut ist es eben hier war noch ein bisschen wow 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 das ist so viel chlorophyll da unten ach ne schade ich wusste gar nicht dass man das in der Karte sehen ist das ist ja viel zu OP ich nütze viel voraus die gemessen in der ach wo ist das Ich weiß nicht, dass sie auch 40 Schaden sind, also ok. Die macht zwar nicht mehr Schaden als das, die ich hier noch benutze. So, wo ist denn ein Schöne? Nein, da. Ah, da! Das ist viel zu OP. Ah, da! Siehst du hier? Ich habe nicht versucht, hier langzugraben, aber irgendwie ist dieses... ...kampf ein Brot, da habe ich mich erst gewundert und dann so... Oh, ich glaube, das konnte ich noch nicht mit anderen Pickings abbauen. Und hier, warum? Dann habe ich mich hier erst versucht, das zu bauen. Stein... ...und ich habe schon mal eine neue... ...ja, ok. Hier? Kein Klufer... ...kennes, kleines, kleines... Hier aber... ...ja. Mit dieser Karte, die es ja... Ich hätte nie gedacht, dass die Karte sie irgendwie jetzt kann. Ich kann nur in meiner Systeme so wenigstens, aber... ...kiss da aber richtig, ok. Okay. Komm schon. Hm... Ich schliebe diese Waffe. Warte, wo war's? Wo war's? Das Klo hat mal... Hier war's. Okay. Das ist ein bisschen zu der ersten Karte hier. Ja, da ist sie schon. Das Klo, wo war's? Das ist klar. Warte, wo war's? Warte, wo war's? Oh Gott. Okay, los, pass mal. Okay, wie viel habe ich von den Klo und Klo? Ich muss nachgucken, ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, hier habe es mal mit den Lebensbrüchten. Nur, dass da nicht so viel auf einer Stelle war. Ja. Hä? Ist das Klo? Weil du... Hier. Oh, nee. Oh fuck, ich hab das dringendest vergessen, was ich noch machen muss. Alter, ich hab doch hier irgendwo... Ja. Kann man damit nicht so ein Armlet open machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich brauch Titan. Titan war's. Oh Gott, wo find ich denn das? Ja, dann können wir das erstmal mit der Rüstung vergessen. Schaff ich nicht. Hier. Ich muss ja durch die ganze Karte gehen. Ich will noch ein bisschen Titan suchen. Die... ...weil... Okay, das beweist mich, was ich hier... ...und ich muss mal... Titan... ...Gott. Ich weiß ja nicht mal welche Farben das hier auf der Titan. Das ist Orichalcum. Och, hätte ich das gewusst! Oh, dann wäre dieses Orichalcum-Farm richtig einfach gewesen. Dramatist. Gold... ...Ruby... ...Emerald... ...Was ist das? Crystal Schwarz? Ne, das freut mich nicht. Ich glaube, das sieht... ...so ähnlich aus wie Iron. Aber ich weiß nicht, was ich schlagen muss. Die Karte. Das kann ich schon mal vergessen. Ich muss 30 Gats suchen, wenn wir das Licht gehen. Oh Gott, ich lauf da mal... Oh, warte. Oh Gott, ich lauf da mal. Oh Gott, ich lauf da mal. Oh Gott, ich lauf da mal. Oh, warte. Oh, ah, gut. Oh, diese Waffe ist wirklich zu unfair. Oh Gott, ich lauf. Oh Gott, ich lauf da mal. Oh Gott, ich lauf da mal. Und dafür darf ich meinen Freund wirklich anmelden. Aber dafür, dass die ich mir nicht so... ...das kann ich so schnell schlagen. So schnell kann ich mir. Schau mal was, anscheinend schon. 50.000 Schaden pro Sekunde. Wahrscheinlich macht die nicht wirklich 1.000 Schaden oder überhaupt mehr. Aber... Das ist einfach wirklich OP. Was ist das hier? Ist doch Silber, oder? Ja. Das ist hier. Habe ich überhaupt Titan? Oder... Hä? Ich weiß gar nicht, ob wir diesen... Ich glaube man kann so Titan oder allemal bekommen. Oder kann man beides bekommen? Ich weiß gar nicht. Das ist gar nicht. Aber dann könnte ich ja alles den... allemal im Opho machen. Aber ich glaube besser als Titanium. Das... Das hier... Slice! Fuck. Sack! Hohohohohoho. Ich glaube nicht, das ist Titanium. Ich muss kurz den Tast drücken, jetzt kann ich nur entscheiden welcher Block... Ich glaube nicht. Zert, zert, zert. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich die Handeln ist. Das ist einfach nur das Problem. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß nicht wie das aussieht. Oh, siehle Nacht. Die braucht man. Da ist sie in der Nacht. Geil. Oh, so irgendwie. Oh, die Chubbrenze will ich jetzt. Ja. Zack. Und down. Oh, das gibt dann. Schmeiß sie in der Nacht. Ja, die sind... Oh, toll. Glück, wie es das ansteigt. Ich glaube. Fuck. Gott. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerichtet. Das ist doch kein Detalien. Das ist doch Silber, oder? Warte. Lass mal kurz auf die Map gucken. Zum Glück sehe ich ja, wo ich gestorben bin. Wo ich jedenfalls zuletzt mache. Da. Hier. Das ist... Das ist... Ne, ich bin hier. Das ist... Silber. Ja. Ich wusste es. Silber. Aber ich such kein Silber. Ich suche Titanium. Einfach nur. Ich weiß nicht mal, wie das auf der Karte aussieht. Das ist halt das... Das ist halt das... Belastende daran. Wenn ich wüsste wenigstens, wie das auf der Karte aussieht, könnte ich das ja mit einem Klacks finden. Und wie man sieht, kann man ja hier alles finden. Okay, jetzt muss ich einfach nur schmuten. Und hoffen, dass ich es finde. Kann ich auf der Karte sehen, wie das aussieht? Und das wäre dann gut. Dann habe ich es erstmal. Aber ich sehe ja nicht mehr. Ich weiß nur nicht mehr. Wenn ich es noch nicht leer für den Karte aussieht. Ich bin dann... ...- Munziplin. Ich bin da. Ich bin da. Auf dein Karte. Ja, das ist das hier. Ich bin da. 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 Ah ja, und wieso solche Sterne vom Himmel fallen, das ist weil ich riesen immaginale Sterne immer habe, weil es nicht sehr erfahren kann, das gibt hier, wenn ich hier gucken, wie sich nicht so gut mit Terrarios kennt. Ja. Kann man dann sagen, ob ich hier mal das Premium gefunden habe? Das da ist Gold, oder Gold. Ich weiß nicht wieso, aber ich will es immer um mich beschwunigen. Ach komm schon, wo ist dieses Titanium? Ich weiß ja nicht, ob ich das essen kann. Das ist allemal, oder? Ja, das ist allemal. Warte mal. Ich hole es mal mit, hätte mir jemand sagen können, wie ich diesen allemal betrifft. Ich weiß, dass es jedenfalls so einen Essen gibt, der allemal betrifft. Aber ich glaube, ich brauche dafür auch allemal Erz. Ich bräuchte vielleicht nicht verpreisen. Was ist denn daran falsch? Brauche ich etwa den Titel? Oder mein Schat zu stehen? Oh, was? Aber warte. Ich glaube, ich weiß was ich... Ne, packeln habe ich in die Niederlage. Vielleicht habe ich zu wenig die Almeid. Vielleicht braucht man seit neunhundert. Zuck. Ich möchte es auf den Urich ein Problem. Ich versteh's doch nicht. Hä? Kann mir jemand sagen, wie ich den Arsch unten mache? Ich werd mir einfach ein Video dazu ins... Also, warum sehen wir uns die nächste Folge? Wahrscheinlich mit der Full Turtle Rüstung. Dann werde ich zum Ninja Turtle. Nein. Ich hab drei, das ist genau perfekt. Genau. Warte mal! Ich könnte mir rein theoretisches Grüneigen Schwert machen. Weiß gar nicht, wie stark das ist. Ich guck mal, wie viel Damage das macht. Und wenn das so genug Damage macht, dann nehme ich das wahrscheinlich nicht. Aber jetzt wirklich mit der Folge. Bitte lass leichter den geilen Kampf gegen die Twins, dass ich sie besiegt habe. Meine Ehresfeinde, kann man jetzt sagen. Oder meine Feinde, die nicht immer noch Respekt haben. Aber das hat sich anscheinend verändert durch diese Waffe. Nein, ey. Ich hab trotzdem noch Respekt für sie. Wenn ich diese Waffe hier nicht hätte, wär ich ja tot gewesen. Diese Waffe ist wirklich viel zu okay. Das war's dann für die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Und... Ciao! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.